Es gibt noch ein Tra- Noch ein Training mit Sasuke Wenn wir keine Land- oder Wassertechniken haben Keine Land- oder Wassertechniken? Hä? Was verstehen Sie denn darunter jetzt? Immer Schickamaru Keine Land- und keine Wassertechniken Meinen Sie jetzt das Chakra-Element? Also darf kein Wasser und kein Bodenversteck genutzt werden? Oder was meinen Sie damit genau? Dann wäre ja Schickamaru ein perfekter Vorteil Weil er kann nur das Kekke Genkai des Nara-Clans Und das ist das Jutsu des Schattenbesitzes Unter anderem Also Schatten-Jutsus Die haben ja nichts mit denen, äh, damit zu tun Hä? Hä? Das war doch keine Wassertechnik Also ist echt blöd beschrieben Ist wirklich blöd beschrieben Wende keine Land- oder Wassertechniken an Hä? Was will der von mir? Dann soll er direkt sagen Keine Attacken an der und der Stelle fertig Aber doch nicht Wende keine dies, das jene sein Das kann das Versteck sein Das kann aber auch die Gegend sein Das ist total blöd formuliert Das kann ich nicht formulieren Also mal Meine Freundin sagte letztes noch zu mir One Piece hat sie an den Rand des Wahnsinns gebracht So ungefähr Sie hat es nicht genau so gesagt Aber so ähnlich Jetzt macht das selbe Naruto mit Macht Naruto das selbe mit mir Gut, ich darf ihn also nicht auf dem Wasser schlagen Darf ich ihn auch nicht an Land schlagen Oder wie? Das heißt, ich darf ihn jetzt nur noch in die Luft schlagen Oder wie? Oder nicht mal das? Ich wollte einen ganz normalen Angriff durchführen Darf ich nicht? Hä? Leute, ich verstehe das nicht Es tut mir leid Das übersteigt wirklich meinen, äh, meinen Verstand Ich weiß nicht, was er von mir will Wende keine Land- oder Wassertechniken an Was soll ich da machen? Soll ich ihn anpusten Und hoffen, dass er umfällt Oder wie? Ich darf ja gar nichts Was soll denn sowas? Dann soll man direkt sagen Du darfst das und das nicht verwenden Fertig Nein Die formulieren da so blöd Dass du nicht weißt, was du machen sollst Super Echt toll Und das Schlimme ist Du brauchst die Punkte Damit du zum Hokage aufsteigen kannst Ich vermute nämlich mal Man muss alle Missionen machen Damit man überhaupt Hokage wird Na, das wird ja lustig Kann man wenigstens hier auf irgendwie Einen Baum oder sowas steigen? Nein Nicht mal das kann man Und er darf natürlich weiterhin alles Kann ich ihn dann wenigstens abwerfen? Darf ich das wenigstens? Na, wenigstens das darf ich Na, das ist aber sehr großzügig von dir Spiel Dass ich wenigstens das machen darf Das heißt, ich muss mich jetzt die ganze Zeit Auf Ninja-Werkzeuge beschränken Na, super Das ist ja eine tolle Mission Da habt ihr euch ja eine tolle Mission anfallen lassen Keine Land- oder Wasserangriffe Heißt, zählt Holz als Boden? Ich hoffe mal nicht Nein Nein Achso, das ist ja Luft Gut abgewehrt Das heißt, ich darf nur auf den winzigen Holzbalken hier kämpfen Wenn überhaupt Na, das ist ja super Ja, komm her Ja, das war ja wohl nix Die Pflanze darf ich auch nicht nutzen Hä? Ich darf nicht mal den Holzbalken nutzen Aber vorhin die Angriffe waren in Ordnung Komisch Leute, das ist doch scheiße Das ist wirklich scheiße Was ihr euch da habt einfallen lassen Scheiße hoch 10 Und Schwachsinn noch dazu Ja toll Wen soll ich da nehmen Kann ich eigentlich alle nicht gebrauchen Nimm ich Gaara Ist egal Das heißt, ich darf ihn nur mit Ninja-Werkzeugen angreifen Mehr darf ich nicht Hat man ja gesehen Oder eben halt in der Luft Aber Da Luftkämpfe Ne Ist eher unwahrscheinlich Oder eben halt Wenn die Tauschjutsus eingangen sind Das darf ich Aber das war es dann auch Ich darf ihn Also ich darf ihn greifen Und Waffen benutzen Mehr darf ich nicht In dem Sinne Super Ist also genau so eine Mission Die wir auch in der letzten Session hatten Na, wäre klasse Natürlich taucht Das Das muss ich Das muss ich mal erzählen Das war auch richtig toll Genau da Wo mein Gegner gerade war Taucht mein Hilfskarakter auf Genau da Wo ich ihn überhaupt nicht gebrauchen kann Genau da kreuzte er auf Danke Temari Wichtig ist Dass wir Mehr Lebenspunkte haben Als er Dann können wir Wenigstens doch gewinnen Wenn wir schon Keine Boden Und keine Wasserangriffe Durchführen dürfen Dann müssen wir Wenigstens So versuchen Einigermaßen Zu gewinnen Es ist zwar Ziemlich langweilig Für euch Das tut mir auch leid Aber dann ist es Leider so Es wird so verlangt Also müssen wir Es so machen Das ist die einzige Angriffsmöglichkeit Die ich noch habe Und ihr seht ja Er kommt nicht zu mir Er wartet Lieber Ich wollte gerade sagen Also wenn das jetzt Wenn das jetzt noch mitzählt Also dann kriege ich echt Die Krise Nahrungspillen Vielen Dank Wird sich das eigentlich Auch auf die Waffen Auf den Waffenschaden aus Ne ne Ja ich glaube doch Ein bisschen Aber nicht Nicht so doll Nein Ich darf mich nicht wehren Das ist das blöde Ich darf mich nicht wehren Er kann machen was er will Ich darf mich nicht wehren Nur mit Waffen Und das ist eben halt das Was ich meine Dieses kritische Er darf alles weiter hin Und du Ja ist doch egal Du machst das schon irgendwie Und jetzt kriegt er auch noch Medizin Ja klasse Super Jetzt sind wir sogar noch Im Nachteil Ja ist gescheitert Ist mir egal Das ist so dermaßen unfair Wie soll man da Eine Chance haben Mal ganz ehrlich Wer denkt sich sowas aus Viermal gescheitert Nur wegen dieser Scheiß zweiten Anforderung Die absolut keiner braucht Ja ich bin genervt Ich bin wirklich genervt Und zwar von dieser Scheiß Mission Ich frage mich nur Wie sie sich das Vorgestellt haben Ich muss mich beruhigen Das heißt es wie Erdorich Zu sehr auf Denkt an dein Herz Und das weiß ich nicht was Ja war klar Tenten haut da gleich Wie einer rein So kenne ich Soltens Saske Feigling wie er ist Im Grunde genommen Darf ich nicht mal Kakashi Angreifen Das ist schon zu viel Im Grunde kann ich schon froh sein Dass er das nicht wertet Nachher schnappt er sich die Pflanze Und dann bin ich eben Nachteil Er haut natürlich genau Rechtzeitig ab Um ja nicht den Einfluss der Schlange Zu spüren zu kriegen Tenten trifft nicht Bei der KI hätte sie getroffen Aber hundertprozentig hätte sie da getroffen Komisch Es ist nicht nur bei Strategiespielen So dass die KI gerne schummelt Es scheint auch hier so der Fall Zu sein Dass sich hier die KI gerne mal einen Vorteil verschafft Das wäre eigentlich genauso Als wenn man im Fußball sagen würde Bayern München gegen Borussia Dortmund Aber Borussia Dortmund Darf nur mit verletzten Spielern antreten Das wäre genauso Wie sollen sie dann ein Spiel gewinnen Das geht nicht Das ist einfach unfair Guckt euch das an Jeden einzelnen Angriff von ihr Hat er abgewehrt Das würde ich nicht hinkriegen Es ist einfach unfair Es ist Beschiss Mehr ist es nicht Ganz einfach Und wie geht es euch so Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben Wie es euch so geht Was ihr so macht Siehste Ich weiß auch nicht Was ich drücken muss Um meinen Angriff abzuwehren Keine Ahnung Kann ich ja mal gucken In Befehlsübersicht Angriffe abwehren Das muss ja hier eigentlich irgendwo stehen Das sind alles Techniken Die ich nicht benutzen kann Es steht nicht mal drin Wie ich abwehren kann Das ist ja toll Oh Mann Ja klar Die Schlange erwischt ihn nicht Natürlich Wäre ich es gewesen Hätte sie mich locker erwischt Ja ja Ich rieche schon wieder ordentlich Beschmuh hier Komm tu nicht so Als wärst du der allergeilste Du darfst einfach alles Und ich darf gar nichts Das ist das Jetzt würde ich dich fertig machen Du Arsch Also mit deiner Feiglingstaktik Kann jeder gewinnen Er kann auch meine Oma mit gewinnen Brauche ich auch keine Übung für haben Ja jetzt schnappt er sich die Pflanze Und dann ist er schon Chronologische Vorteile Und das ist das Was mich so nervt Er braucht sich einfach nur Die dementsprechenden Vorteile Verschaffen Und das war es dann schon Jetzt hat er nämlich mehr Leben Und dann würde er Nach den Kampfregeln Nämlich auch gewinnen Weil er mehr Gesundheit hat Und das Finde ich so unfair Wie soll ich diesen Gegner besiegen In der Luft ist er kaum Da kann ich ihn nicht angreifen Beziehungsweise ich kann ihn nur Im Boden angreifen Oh man Ganz ehrlich Ich hatte vorher noch Bock Auf das Spiel Es hat sich jetzt erledigt Auf so eine Scheiße Habe ich echt keine Lust Bescheißen kann ich auch Da brauche ich nicht mal Dieses Spiel fürs Spielen Kann ich auch andere Spiele fürs Spielen Wenn ich beschissen werden will Vielen Dank Echt toll Das nimmt einen richtig die Lust Ich hasse sowas Ich hasse es wenn man mich bescheißt Ich mag es nicht haben Ne Auch wenn es als Missionsvorgabe versteckt wird Es ist auch beschiss Fertig Und das ist eine Schwachsinsmission Wenn ich das mal so sagen darf Na guckt euch das an Ich wirbel oben rum Da steht er Da steht er einfach nur Der wartet bis ich wieder runterkomme Das interessiert ihn gar nicht Der kommt nicht mir entgegen Anb inadvert's Was ist es wäre ein x- kişisch Das ist행 Vielen Dank.